moin und willkommen zurück zu einem neuen video hier auf diesem kanal oder viel besser gesagt einem neuen projekt und zwar im neuen planet zoo projekt und das besondere dabei wird sein dass ich das nicht alleine bestreiten werde sondern ich habe den werten micha aka bake and play dazu geholt hallo und herzlich willkommen zusammen ich freue mich ja dass wir dieses gemeinsame projekt hier starten der ein oder andere kennt mich ja vielleicht schon und für die leute die mich noch nicht kennen ihr werdet mich in der nächsten zeit sicher kennenlernen ja und ich freue mich darauf was hier so alles passieren wird in den nächsten wochen dieses projekt wird jeden freitag erscheinen also die erste folge bei mir auf dem kanal die zweite dann bei bake and play und immer hin und her halt so und generell könnt ihr auch noch mal bei ihm auf dem kanal vorbeischauen erster link in der video beschreibung er machte es sehr sehr schöne plan zu videos ja danke 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 ihr werdet generell bei uns dann auch mit sicherheit eine gemeinsame playlist finden so dass er dann dementsprechend den videos immer folgen könnt wie gesagt eine woche auf skillers kanal eine woche dann bei mir auf dem kanal so dass er dann dem entsprechend kein video verpassen werde und ich würde sagen da tauchen wir jetzt mal direkt in die erste folge hinein viel spaß so und wir starten auch schon direkt mal ins bauen rein hier so erste folge hier auf dem kanal das heißt wir müssen uns einmal um das ja doch um das hauptgebäude kümmern und da seht ihr schon die grobe form das ist nicht die finale form da wird sich tatsächlich noch ein bisschen was dran ändern das er dann aber am ende noch mal sehen soja wie gesagt hauptgebäude hat im wüstenbereich vor allen dingen da muss ich einmal sagen wüstenbereich habe ich vorher noch gar nicht gebaut muss ich gestehen vor allem auch dann hier so mit den ganzen weiten dünen und alles war erst mal ein bisschen erschlagen muss ich sagen denn wie gesagt ich habe wüste von nie gebaut und dann eröffne ich einfach diese map und denkt mir so what the hell also überall wüste aber dann kam auch schon direkt die ideen einfach weil so in der wüste zu bauen mit ein paar pflanzen aber auch nicht so viele welchen tropenhaus und so war es gut aber tropenhaus vielleicht in jedem so irgendwie aber ihr wisst ich meine so du hast kannst oasen bauen du kannst generell vielleicht so kleine wüstenabschnitte bauen einfach da kam einfach direkt so viele ideen einfach in den kopf die ich die woche denke ich noch umsetzen werden da könnt ihr auf jeden fall gespannt darauf sein so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020